Hallo meine Freunde und Zuschauer vom Juniper Gaming Kanal. Wie ihr seht bin ich hier schon am Martapfahl. Auf meinen Tod werde ich schon vorbereitet und ich spiele hier Survival Games. Natürlich habe ich nochmal einen Teampartner mir ausgesucht. Wer wollte natürlich wieder mit? Der Ego! Hallo! Hallo. Ich bin hier rechts von dir. Nice! Und wir müssen schauen, dass ihr nicht auf die... Du nimmst die Truhe geradeaus von dir, oder? Ja! Gut, dass ich das weiß. Weil nicht, dass wir den gleichen Truhen nehmen und dann nimmt sich einer dem anderen Zeug weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt geht's los! Go, go. Nice Start hier. Nein. Holzschwert. nix gekriegt außer Holzschwert ich habe ich habe Prozent okay weil eine Pilze beschüsseln Pilz und Prozent Goldschweig meine Trühe war echt scheiße dafür habe ich sie ganz für mich alleine kommt folgst mir dort 9 ich auch Alter ich da wollen wir jemand wir holen uns gleich mal essen durch die Schweine oder hast du essen eine Pilzsuppe im Schüssel ja vor allem kann man dann nicht so viel essen dass man wieder regainen kann ohne dass man gleich die ganze Pilzsuppe verbraucht 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 hast du ein Schwert? nein soll ich mein Schwert verbrauchen? schon oder? das Holzschwert geht nicht so schnell ja mach ich ja wo sind wir tun? hier oben noch nie was scheue ich gleich noch nicht wo sind wir tun? in dem anderen Haus rechts neben dem Opusko nein nein was ist? nicht dein Ernst was ist? wollte ich hier zum Pilz erholen und jetzt bin ich hier gefangen hier ist ein Kuchen du bist gefangen? ja ich esse Kuchen wo? tschüss nein ja was soll ich machen ich muss weiter fuck ich versuche mich hochzubaggen ich mach das wir können uns ja wieder treffen wenn du sobald du frei bist ja klar ich bin hier im Gefängnis immerhin hab ich das Fleisch ach so du kannst mir noch deine Items geben was hast du? eine Pilze ja okay vielleicht irgendein Rüstungsteil nee jetzt bin ich schon weg nee ich hab eh nur eine Golden Chest vielleicht ja ist nicht gut ist nicht gut Judy dann muss ich das wohl alleine machen wieso? ich hab mich hochgepackt yes komm einfach da hoch weiter ja ich hab immerhin noch geh über die Brücke geh über die Brücke ja ich hab zwei zwei Chests gefunden nice siehst du die Brücke? ja geht da drüber ich bin außen rumgegangen und hab nichts gefunden okay geht klar hast du die Tröber Goldschwert neu ist ich auch ich muss kurz Pilze best ja ich sehe dich nicht die mit der Lokomotive die Brücke oder? die Holzbrücke ja oder was ist das? ein Auto ein Auto ja bist du schon drüber? seh dich hier ist eine Chest nice ich hab mich wieder befreit aus dem Gefängnis hier ich hoffe die Polizei ist nicht hinter mir her vielleicht hier hinten sind doch manchmal Drohnen auf dem Weg noch bevor der endet hier ist eine oh nice ich schaue noch kurz bisschen weiter hier ist Eisenerz da dürften noch Drohnen kommen wo sind die Drohnen? da ist eine her ja ich sehe auch eine nimm du sie ich gehe wieder oh goldenbrustpanzer nice brauche ich oder? ja warte dann äh brauchst du TNT? ja hab ich schon eins ok äh ich muss kurz ne Pilzsuppe craften ja mach das ich gehe schon mal ein bisschen weiter rechts halten einfach hast du nen Bogen? ich hab Pfeile ne leider nicht so ich bin perfekt ausgerüstert oder zumindest perfekt sortiert mein Inventar nicht mal Steinschwert bist du wieder den Weg runtergegangen? ja und dann hier oben drüber in die Valley halt einfach über diese Berge hier ja okay ich sehe nötig ist ja die hat sich glaube ich schon ja wieder klar einfach in die Valley runter siehst du mich ich sehe den Namen oh da ist einer ich komme äh so schnell ich komme ich gehe drauf ich gehe drauf klar hinter die die KZ ja fliegt ihr fliegt ihr fliegt Alter ich sehr schön nix da nix da babuscht da wenn er fliegt in die Emporte was er will da mal umdrehen ey was will er eigentlich hier und dann leckt er wie sau echt ah fang was ja hä 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 der war locker in meiner Reichweite ja es ist der Weg ich muss kurz was essen weil ich die Opel denn ich ich auch nicht nur ich hab nur zwei Leben ja ich hab schon fast alle bis auf zwei so ab und schreckt wo jetzt ist er hier gefangen nein das kann es echt nicht sein ich habe ihn auch nicht getroffen nur dich scheiße so ich habe es ja schon mal er Achtung hinter dir da ist noch einer noch ein Toro und wir geben hier ein bisschen weg Badi in der Aua echt Badi 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 der eine ist ein Hacker Alter hä ins Wasser oder nicht ins Wasser äh wo bist du da beim anderen zum anderen der der im Wasser der hat nicht mehr viel der hat aber geile Rüstung der hat aber nicht mehr viel Leben ein Dreier Team das gar nichts hat war das aber als Dreier Team hast du auch nichts weil du alles aufteilen musst so dritt wenn du gemeinsam gehst man ist zwar stark aber ab zum Spot und Spau 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 was macht der eigentlich ich verstehe es auch nicht ich glaube wie ich dass es ein Hecke ist ich treffe ihn ich habe ihn zweimal getroffen er kotzt mich langsam an ich habe mich auch hier aber wir müssen ihn kennen er hat meister Rüstung und jetzt haben wir schon so viel Zeit investiert wenn wir den jetzt gehen laufen lassen dann gilt sie uns noch ein Deathmatch sag ich dir der Femmich Robert Killer hier die du bist längst ich habe das Recht um um das wieder noch einer mit Steinschwert Achtung einfach nur auf dem Bettkiller das sind die so gehen die nur auf uns stück ich auch nicht als drei Team trifft mich irgendwie auch nie in der Region ist oder es ist unkordigiert glaube ich jetzt habe ich ihn geht mal wieder getroffen ja doch jetzt bei der Klinik gibt man es ist nicht ich glaube ich bin in deine Richtung gehören oder wo bist du ja 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 hinter dir seiner den holen wir uns noch kurz er hat keine Rüstung die haben alle keine Rüstung vor Ort ganze Party weg weg ok schnell flieh Richtung Gleise ja ich sehe dich nein ich muss was essen schnabulieren wo ich auch ich fliehe einfach hier weiter siehst du mich noch wo ich bin ich dann glaube ich er hat mich jemand ich weiß nicht schon mal mit der 5 mehr einer Verwaltung aber er ist so weit weg dass ich essen kann ach so du bist bei mir gut ich muss auch es ist schnabulieren wer hat ihn brauchen wir ich muss kurz noch was er ist wie gern erst wie gerne weg 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 ja ich muss nur noch ja über das ganze Achtung acht wird einfach so dass ich ja eine Verwaltung nicht einer Verwaltung ich schwimme einfach bis hinter ja ich bin an einem Ende also da bist du ich bin einander das Ende ich komme auf deine Seite ja ich erwarte die anderen einfach hier jo komm hier zu mir hier ist eine schöne Position Achtung die sind schon sehr nah an mir beide an mir einer ist weg scheiße scheiße weg 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 scheiße wo ist er weg alter lebt alter fuck ich hätte nicht gedacht dass der noch lebt ich habe ihn nicht gesehen fuck naja es war eine ups okay sehr schöne Runde aber leider nicht das sehr erfolgreiche ich denke nächstes mal wird es wieder besser werden ich würde sagen bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschau und bitte unterlasst euch die dreier teams danke 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 Vielen Dank.